Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dinkam. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So, weiter geht's. Es ist Sonntag, ja. Oh du lieber Sonntag. Achso, ja, nicht must empty. Nordic Floor. Oh, das klingt gut. Das finde ich schön. Ich habe das Pfeifen nicht gehört. Ich schätze mal, Ted Sally wird heute leider wieder nicht da sein. Oh, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Jetzt habe ich die ganze Zeit so Spiele gespielt, wo man halt eh hauptsächlich braucht. Und hier ist eh halt eigentlich die absolut böseste Taste. Hi, guten Morgen, right on. Brauchst du irgendwas? A pint, strip, pens, I don't know. Ja, 13.000. Oh, nee. Also so dringend habe ich es nicht. Oh, es ist, glaube ich, jemand zu Besuch. Ich glaube, ist es die Sally oder so? Oh, ich weiß es nicht. Clover ist es. Clover. Oh, das ist ja süß. Das ist ja niedlich. Das finde ich ja schön. Ein Blümchen. Ähm. Brauchst du irgendwas? Wie schaut es aus? Trouble to catch a me? Was ist das? Caddy did. Na, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es jetzt eins von den Dinger, die wir da haben. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber bevor ich das dann nicht kriege. Aber hier, ich kaufe dir das Yellow Print Dress an und dann... Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen was anderes zum Anziehen. Jetzt gucken wir mal schnell auf die Quests. Wir brauchen 15 Battle Brush. Wir müssen Ohr schmeltern und irgendwas essen. Okay, pass auf. Jetzt machen wir erst mal die hier. Dann haben wir nämlich schon mal 12 und die anderen kriegen wir dann auch noch zusammen. Da bin ich mir ganz sicher. Dann werden wir auf alle Fälle mal unsere Hühner heute streicheln. Das haben wir nämlich gestern, glaube ich, nicht so wirklich gemacht. Und wir werden die Eier einsammeln. Und denen natürlich noch was zu essen geben. Das dürfen wir nicht vergessen. So, gucke mal. Da haben wir was geschmältet. Das ist voll schee. So. Ups. So was. Ja, ich sag ja. Das musst du da wieder... Ein bisschen umdenken. So. Was wollten wir jetzt machen? Wir müssen auf alle Fälle hier... Mal gucken mal. Das können wir einfach mal einmal absäbeln. Und dann holen wir uns nochmal ein bisschen... Äh, achso doch so. So. Dann machen wir das dabei. Genau. Wir brauchen noch das Tierfutter. Umziehen wollte ich mich. Genau. Das war's. Aber das machen wir auch noch. So. Da geht's jetzt erst mal um glückliche Hühner. Wir schauen auch gleich nochmal zu unseren anderen Tierchen hin. Ne, dass die alle glücklich sind. Sehr schön. So. Hallöchen, Popöchen. Na, alles klar bei euch? Jo. Kann ich dich hier irgendwie streicheln, bitte? Ja. Ich bräuchte eigentlich den Eimer. Den hab ich nicht dabei, oder? Ne. Naja. Gut. Nächstes Mal vielleicht. So. Hi. Oh, du hast kein Fell. Okay. Na gut. Ist nicht schlimm. Dann gucken wir mal. Hier ist doch dieser Metterling. Ja. Ach, genau. Nochmal einen zweiten Bienenstock wollten wir schon nochmal mitmachen, ne? Ja, was es nicht alles zu tun gibt. So. Und dann gucken wir auf alle Fälle auch hier gleich nochmal. Sehr schön. So. Schau mal, da können wir das dann erst mal mit reinmachen. Die hier nehmen wir mit. So. Ach, guck mal. Da ist der Eimer. Dann gehen wir vielleicht doch nochmal kurz zum Zurück-Pick-Up. Ne, das will ich nicht. Das ist nur eine Fliege. Das brauchen wir jetzt halt nicht. So. Oh, sind das etwa die Kartoffeln? Kann das sein? Ja. Ui, sehr schön. Dann machen wir auf alle Fälle gleich nochmal ein paar neue, ne? Dann, die Kartoffeln gibt es ja bloß im Frühling. Das ist dann schon blöd, wenn du dann vielleicht doch ein bisschen mehr herstellen möchtest oder sowas. Und dann hast du keine Kartoffeln mehr. Das ist dann schon doof. Eins, zwei, drei, sechs. So. Dann können wir die hier hin machen. Oh, hatten wir jetzt noch genug Wasser? Ja, das hat genau ausgereicht. Okay. Na dann. Brauchen wir uns ja keine Gedanken drum machen. Wie schaut's hier hinten aus? Hier ist noch alles entspannt am Wachsen. Also da brauchen wir uns noch keine Gedanken machen. Gut. So, hello, my friend. Let's talk. Wir müssen noch die roten Dinger machen. Okay. Und wir müssten eigentlich noch was essen. So, hi. What's new? Okay. Aha. Brauchst du vielleicht irgendwas? Dir würde ich tatsächlich nochmal was geben. A golden perch. Habe ich den dabei? Oh, ich habe keinen blassen Schimmer, ne? Ich, ich, lieber nicht. Ach, mit Fischen bin ich immer nicht ganz so sicher. Da ist, äh... Nee, den habe ich nämlich nicht dabei. Dann hänge ich ihn nämlich da und, äh... Da nicht doof. So. Pass auf, jetzt machen wir das so. Wir gehen jetzt einmal nochmal kurz nach hier hinten. Holen die Milch. Oder auch nicht? Doch, hier. So. Wo ist unser Schnabeltier? Ach, da hinten in der Ecke. Oh, jetzt habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass die Hunde den sich schnappen wollen, ne? Das ist dann irgendwie... Ja, sehe mich gut. So. Okay, also. Und das sortieren wir jetzt noch schnell ein und dann, ähm, schauen wir doch mal eben. Ich mach... Halt, das Kleid wollte ich doch mitnehmen. Was haben wir hier noch drinnen? Das da. Genau. Drei. Dann machen wir nämlich die beiden. So. Und so. Genau. Okay, also rote Bottle-Dinger, Dingsbums, die holen wir uns jetzt dann gleich noch. Ich schraue bloß mal eben hier rein. Verkaufen werden wir die jetzt noch nicht, aber wir können das andere Zeug mal eben... Oh, habe ich hier keinen Platz für Kartoffeln? Echt jetzt? Nö, das ist natürlich jetzt nicht so cool. Dann müssen wir das erstmal irgendwie so machen, ne? Hier ist natürlich jetzt auch so alles Mögliche, nur kein Platz. So. Dann machen wir das jetzt erstmal da mit rein. Äh, oh, was haben wir das? Yellow. Red Sneaker, Screenshue, Screenshue, Yellow Gummibots. Na, nicht wirklich, ne? Das möchte ich tatsächlich nicht. Ähm, was haben wir denn hier für Schuhe? Also Strape-Sondalen, Rainbow Sneakers, Black Boots, White Boots, also Trady Boots. Ich weiß nicht genau. Das könnte tatsächlich passen. Dann müssen wir mal schauen. Hier haben wir gar keine mehr. Okay. Und gucken wir mal. Also wir brauchen auf alle Fälle, den müssen wir abmachen. Das müssen wir alles abmachen. Dann ziehen wir jetzt das Kleidchen an. Und dann gucken wir mal. Die Trady Boots. Na, das passt nicht. Das passt nicht. Das machen wir nett. So. Vielleicht die hier. Joa, ne? Süß. Ach, schön. Unser Piraten-Outfit. Pass mal auf, unser Piraten-Outfit, das machen wir da draußen. Weil das möchte ich eigentlich behalten. Also das finde ich tatsächlich... Joa, no Platz. So viel ist schon mal sicher. Hier ist ein bisschen Platz. Ja, ja, ich mach das bestimmt schon noch irgendwann. Bestimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also wir brauchen nochmal so ein Bienenhäuschen. Da. Da. Zwei Iron Bar, zwei Resin und vier Hardwood. Okay, also vier Hardwood. So. Und noch zwei davon. Genau, und dann können wir nämlich hier das Bienenhäuschen machen. Sehr nice. Siehste? Schön. Und du kommst wieder zurück. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht. Und dann stellen wir das andere Bienenhäuschen vielleicht auch erst mal da mit dazu. So. Oh, das wollte ich jetzt nicht, die Blümchen mitnehmen. Und eigentlich das Obst auch nicht, aber gut, jetzt ist es halt so, ne? Hm. So, das heißt, das packen wir jetzt hier erstmal da. Ich muss mal kurz zwischenlagern, wie immer halt, ne? So, dann gehen wir das auch noch dahin. Und jetzt müssen wir mal kurz nach drüben, um dann eben halt diese rote Pflanze noch fertig zu machen. Zack. Dahin teleportieren, oder? Vielleicht haben wir hier auch nochmal eine rote. Oh, ja. Und hier sind Blümchen. Oh, das ist aber schön. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, ne? Das ist ja richtig cool. Und guck mal, hier haben wir tatsächlich welche. Und hier haben wir auch nochmal zwei Apfelbäume. Da haben wir gesagt, ne? Obstsalate bringen auf alle Fälle mehr wie einzelne Bäumchen. Und dann lohnt es sich natürlich auch, die Sachen dann mitzunehmen. Das ist, glaube ich, nur eine Biene, ne? Ja. Okay, hier ist ein kleines Teufelchen. Aber das ist mir jetzt wurscht. Ja, ja. Da laufen wir jetzt einfach mal kurz ein Stück weg. Was bist du denn für ein interessantes Fischli? Kenne ich dich schon? Du siehst so anders aus. Der sieht so ein bisschen bunt aus, findet ihr nicht? Dann müssen wir jetzt mal gucken. Was ist das für einer? Also, den haben wir bestimmt schon. Aber Er ist kleiner wie dieses Blue-Spotted-Gedöns. So. No. Komm. Oh, der sieht aber... Ach, das ist ein Gautfisch. Okay. Naja, gut. Den haben wir zwar schon, aber ich hätte ihn jetzt tatsächlich so nicht erkannt. Alles klar. Macht ja nichts, ne? Da sind nochmal Blumen. Ui. Wir müssten jetzt dann bloß mal anfangen, ein bisschen zu verschönern, ne? Damit sich das dann auch wirklich lohnt, dass wir so viele Blumen mitgenommen haben. Und was hast du so gemacht? Blumen gepflückt. Und dann nichts. Ich habe sie gesammelt. Sie liegen jetzt in der Kiste. Aber genau so ist es halt im Moment, ne? So. Gut. Sollen wir nochmal gucken? Warte mal, wo haben wir denn hier unten? Dann machen wir mal hier oben. Gehen wir nochmal hin? Vielleicht kriegen wir nochmal ein paar Eier. Ja. Ähm. Wir werden sehen, ne? Oder ein paar andere Blumen. Keine Ahnung. Bananen gibt es auf alle Fälle. Habe ich noch Platz? Äh. Da. Oh ja. Oh ja. Ein bisschen. Dann sammeln wir doch nochmal ein bisschen was auf. Vielleicht haben wir ja auch Glück und finden nochmal irgendwas anderes Tolles. Ihr wisst ja, Hoffnung gebe ich immer nicht auf, ne? Da hinten sind Blumen. Siehste? Oh, gucke mal da. Aha. Sehr nice. Das ist doch schön. Da verzichte ich dann gerne auf die Eier. Oh, da sind noch mehr. Das ist ja schön. Oh. Oh Gott, jetzt wäre ich da fast reingefallen. So. Das ist ja mega. Da sind noch mehr Blumen. Boah. Wahnsinn. Da sind noch Bananen. Die nehmen wir natürlich auch sehr gerne mit. Und dann waren hier drüben doch noch mehr lila Blümchen, oder? Wie bin ich gerade doch da? Cool. Da sind noch Bananen. Da bin ich jetzt tatsächlich vorbeigelatscht. Aber das passiert halt so schnell, weil das so dicht ist und man das alles gar nicht so schnell erfassen kann, ne? Okay. Juhlert. Da ist ein Ei. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das können wir uns jetzt eigentlich schnappen. Naja. Oh, da sind ja so viele Eier. Hui. Fee. Äh. Da wäre es fast kürzer, da hinzugehen, ne? Ja. Da ist es fast kürzer, in die Richtung zu gehen. So. Einmal hoch. Da sind schon wieder Blümchen. Tja, krass. So. Aufpassen. Nicht, dass wir es wieder kaputt machen, das Ei. Das ist uns ja leider schon passiert. Und das wollen wir natürlich nicht. So, warte mal. Wo müssen wir jetzt? Ja, jetzt schon da oben lang. Genau. So. So. Dort ist der Tele-Tower. So, Mr. Tele-Tele-Kommunikations-Tower, bringen wir uns mal dann zurück nach Hause. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Ei. Äh. Wäre natürlich sehr nice. Ja, perfekt. Sehr schön. So, das haben wir auch. Oh ja, das ist doch schön. Oh ja, das ist doch schön. Da freue ich mich sehr. Und das ist doch eine tolle Sache. Dann haben wir hier nämlich jetzt wieder ein Eichen mehr. Hier haben wir wieder ein bisschen Gemüse. Ne, ne? Ne, dann können wir die Blümchen draußen hin tun. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die dann so schön platzieren, ne? Dass das halt, ja, alles gut ausschaut. Mal, Blümchen haben wir ja auf alle Fälle eine ganze Menge. Sogar von den Desert Pea, da könnte man tatsächlich nochmal gucken. Aber, ne, so. Ich glaube, von denen, da reicht das, wenn wir das so sammeln, ne? So. Sehr schön. Äh, ja, cool wäre natürlich, wenn wir Ted Selly dann irgendwie doch nochmal sehen könnten, weil dann wäre die Möglichkeit, ähm, des Verkaufens einfach da. Aber gut, der ist heute halt nicht da. Oh, wir könnten, wir könnten eigentlich mal, mal so ein bisschen gucken, dass wir hier nochmal so ein bisschen, damit wir heute überhaupt noch irgendwas Schönes gemacht haben, ne? Ähm, könnten wir tatsächlich mal so ein paar von den Blümchen mitnehmen. Also, ich hab keine Ahnung, ne? Wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Und dann habe ich hier noch irgendwie die Tropical Seeds, Firegrass, Fernseeds, Grassseeds. Die nehmen wir auch mal mit. Oh, Bäumchen. Ähm, ja. Nehmen wir mal davon ein paar mit. Und von denen nochmal ein paar. Und dann brauchen wir auf alle Fälle mal ein paar Steinchen, dass wir nochmal so ein bisschen wegetechnisch was machen, ne? Pass auf, jetzt müssen wir hier nochmal jede Menge. Wir machen ja den, ne? Der andere ist zwar auch sehr schön. Ähm. Da könnte man eigentlich so zum Auslaufen dann so ein bisschen mitnehmen. Müssen wir mal gucken. So. Und jetzt bin ich der Meinung, hätten wir doch irgendwo so die, 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 weiß ich nicht, die Fackeln und sowas? Haben wir da nicht so ein bisschen was mitgenommen gehabt? Hm, keine Ahnung. Na gut, ich weiß es nicht. Ob ich da jetzt irgendwas hatte oder nicht hatte oder... Also hier haben wir auf alle Fälle nochmal ein bisschen... Ah, jetzt habe ich die Steine mitgenommen. Shit. Na gut. So, dann gucken wir mal. Also, pass auf. Im Prinzip... Uh, hoppala. So, pass auf. Jetzt machen wir mal so. Ach doch, den habe ich ja hier unten. Äh, da haben wir den lang. Da haben wir ihn lang. Jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Oh, da ist ein Ei. Genau, so. Und dann... Kommt der wirklich zu uns? Okay, das ist neu. vom Gefühl her ist das neu. Das kannte ich noch nicht. Aber praktisch ist es natürlich ein... Nehmen wir das Ei mit. Kommt der hinterher? Oh, tatsächlich. Der kommt tatsächlich hinterher. Okay. Ella Batch, Ella Batch. So. Okay, pass auf. Dann machen wir das doch mal so. Da haben wir schon. Da haben wir schon. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo ich das jetzt dann... Wo ich so ein paar Blümchen hinpacke. Und eventuell sogar nochmal so ein bisschen... Jetzt hätte ich hier gern... Oh, die sehen schon schön aus, ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt steht das Viech da so. Einsam und allein, ne? Kommt auch gleich angegriffen und denkt sich so... Oh, dir tue ich weh. Dir tue ich weh. Und ich sage so... Ey, komm. Oh, Scheibenkläste. Und ich sage so... Lass mich mal in Ruhe. Also, das ist jetzt natürlich wahnsinnig improvisiert, ne? Ob das jetzt wirklich so gut ausschaut. Ja, lassen wir mal so stehen, ne? Aber... Also, ich finde es jetzt nicht ganz so schlecht. Und ja, wof. Ja, mit Blumenkleidchen und Blümchen und das ist doch eigentlich ganz hübsch. Äh, gut. Die Bäumchen, ich denke, das brauchen wir jetzt doch noch nicht so richtig machen. Also hier möchte ich gerne ein Bäumchen hinpacken. Der ist schon... Ich denke, das würde hier auch tatsächlich gut ausschauen. Und da machen wir hier nochmal ein Bäumchen hin. So eine... Von den dunkleren. Ja, da können wir hier einfach auch nochmal eins hinmachen. Das ist dann nochmal... Guck mal da. Ja. Hat doch was, ne? Ist doch schön dekoriert, ne? Das hat doch was. So, jetzt nehmen wir das Eichel mit. Zack. Nehmen das Kacki auf alle Fälle noch mit. Ja, guck mal. Und hier werden wir jetzt einfach nochmal ein bisschen... Ähm... Nochmal ein paar mehr Blumen hinmachen. Damit es dann doch noch mal noch ein bisschen mehr ausschaut, wie jetzt. Ich war ja bisher immer doch relativ zack, weil ich nicht wusste, wie viele wir denn dann wirklich finden. Aber dass es jetzt dann doch so viele sein werden, damit habe selbst ich nicht so wirklich gerechnet. Ach, guck mal, hier wollte ich noch eine Lampe hinmachen. Kann das sein? Ah, okay. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, in meinem ganzen Chaos kann ich dir natürlich jetzt gerade nicht wirklich sagen, ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwo eine Straßenslaterne habe. Also, keine Ahnung. Jetzt gucke ich mal... Ah, das war jetzt natürlich klar, ne? Ich habe ja schon gesagt, das ist sehr ungewohnt. Und nachdem die meisten hier ja leer... Aha, guck mal. Sehr schön. So, dann machen wir doch hier nochmal so ein bisschen schickimicki, ne? So, pass auf. Jetzt machen wir hier... Da dann auf alle Fälle nochmal die eine Laterne hin, die ich ja eh schon vorhatte, da hinzutun. So. Und dann wäre natürlich schön, wenn ich das hier hin machen könnte. So, und jetzt können wir mit den Fackeln nochmal arbeiten. Der geht nicht mal weg, ne? Naja, komm, dann lösen wir ihn von seinem Leid. Amsvieh. Das wollte ich jetzt natürlich nicht, ne? Aber gut, ist jetzt halt... Kann ich jetzt nicht ändern. Das haben wir schon. So, auf die Seite. Und dann kommt hier nochmal was auf die Seite. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen was auf die Seite. Und dann kommt natürlich hier nochmal was auf diese Seite. Dann packen wir hier nochmal ein paar Blümchen hin. Oder auch nicht. So, dann haben wir da auf alle Fälle was gemacht. Und dann können wir hier uns nochmal Bananen holen. Und das eine Ei. Hier war doch noch... Achso, die schlafen da jetzt drauf. Kann ich dir das jetzt tatsächlich unter den... Oh, nee, doch nicht. Hä, war da nicht noch ein Ei? War das von dir? Achso, tatsächlich. Das war von dir. Okay. Ja, also es sieht natürlich schon sehr... Ja, gewollt und noch nicht so wirklich gekonnt aus. Aber ich finde einfach, wenn ich jetzt so ein bisschen den Weg lang laufe, dann ist das schon ein bisschen schöner. Das erfreut mich ein bisschen sehr. Okidoki. Jetzt haben wir da nochmal ein Ei gekriegt. Sehr praktisch. Und dann kommen wir doch hoffentlich dem Ganzen bald doch noch ein gutes Stück voran. Dass wir da jetzt... Guck mal, dann machen wir jetzt das so. Und dann machen wir nochmal so. Und dann haben wir nämlich das auch aufgeteilt. Dann können wir hier... Ich weiß gar nicht, wie ist denn das jetzt? Wenn ich da jetzt den sah... Ach, das funktioniert. Okay. Ach, schön. Weil dann... Ich hätte es schon gern, muss ich sagen, wenn das hier so ein bisschen grünlicher ist. Das geht jetzt natürlich nicht. Das ist auch verständlich. So. Oh, schön. Wieder was verteilt. Das macht der nicht mit, ne? Aber gut, das macht nichts. So, guck mal. Was ist denn das jetzt da für ein Vieh? Ist es so eine normale Motte? Ja. Ich glaube schon. Okay. Ne, dann haben wir doch heute wieder so ein bisschen was geschafft, würde ich sagen. Also... Kann man durchaus zufrieden sein, denke ich. Wo sind denn jetzt hin? Da. So. Was essen müssen wir noch? Pass auf, ich... Ich esse jetzt nun mal eben eine Banane. Genau, das müsst ihr ja auch machen. Sehr schön. So. Cool. Schon wieder 1850. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber das... Ja, langsam und geschmächlich. Es nimmt so seinen... Seinen Lauf, ne? Ja, hier fehlen uns halt immer noch ein paar. Aber gut. Da. Ja. Ist halt so. Okay. So, dann machen wir uns hier hinten mal noch ein bisschen Licht. Oh, ja, cool. Gefällt mir. Gut. Okay. Dann, ihr Lieben, sage ich schon mal, cool, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank dafür. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ja, bleibt bis dahin gesund. Bis dann. Und... Ciao, ciao. Ciao. Ciao.